eine weitere runde hallo meine lieben freunde ist kein youtube sport ok total der hammer ja grüße euch freunde einer weiteren runde rocket league hier und ja mit autosport aber egal machen meine anmoderation alles gut ich war jetzt ja das intro kommt jetzt so es geht auch schon los hier mit dem rennen schöne sache man mit zum packen das sieht wieder so grottig aus 321 das machte meine mit einem start sequenz hier so ihr fahr doch vorbei tu ich doch wo der rutscht wie so wie sich der andere hört oder bremsen 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 ja wie er wieder abrast ein schöner amg er hat auch einen schönen saugen muss ich ganz ehrlich mal sagen wo ich hab den ersten martin der ist auch nicht so schlecht er hört sich schon auf jeden fall geil an ja lässt sich auch ganz gut fahren eigentlich wenn ich das bremsen nicht vergessen würde ich glaube dein amg rutscht ein bisschen fremer der trifft sich immer so mit dem arsch das war nicht meine absicht du wolltest mich wieder ran du scheiß türke du ne ich wollte eigentlich an dir vorbeiziehen aber dann habe ich gesehen dass ich bremsen musste was ist das denn für eine kurve wie soll ich die denn kriegen das ist ja das ist eine heftige kurve jetzt hier wo der ja er will mich ramme hier jetzt fahr ja ich habe abgekürzt und er lässt mir die fahne jetzt zieht meiner schon wieder nach rechts ey ganz doll wie war los die ausgiftung galle alter kommt von der karte weg da willst du mich verarschen du verdammte karre ich brems doch ab damit ich die kurve nehmen kann und er zieht trotzdem quer schweinesau ey virus in einem rage modus hier da oben machen sie schon feuerwerk ich hab noch nie mal gewonnen ey feuerwerk jawoll jetzt ich hau meine karre kaputt das mir ist scheißegal jetzt zieh ich sowieso schon nach rechts oh das krieg ich schon wieder abgezogen hier hey geil ich bin gegen die wand gefahren der zieht dann jemand nach rechts der zieht dann nach links musst du mal mit der anderen Seite gegen die Wand fahren ne bevor das jetzt wieder geradeaus fährt dann mal lass mal oh jetzt hat er wieder gerade geil ein buffer in links und mit einem mal da ging's ja ja diese karre wie kann man jetzt zieht er wieder nach rechts da leck mich doch am Arsch warte ich fahr jetzt nochmal gegen die Wande so jetzt müsste es ja jetzt ja bleib ruhig stehen kein Problem ziehst du oh ah geh taucht nicht zum rennen fahren kannst du vergessen nur nur ne Leitplanke kommt damit klar oh da fahr ich nochmal dagegen er will nicht mehr ach kein Bock mehr was für Müll ist denn das ne diese Karre ist absolut nichts für mich damit komm ich nicht klar damit kann ich mich nicht identifizieren ja was zum Geier ich hab alles gemacht du bist gegen mich gefahren du Eigentiot ja weil mach ich nicht aber drück doch einfach Y äh ist ausverkauft bevor du gegen die Wand fährst einfach Y drück ich ist ausverkauft hast du schon alle verbraucht ja ja komm jetzt Mensch du blöde Karre komm aus dem Keller ey ach froh du guten Morgen noch mal gegen die Bande 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 ziehst du jetzt mal wieder nach links oh oh er fährt wieder ne jetzt zieht er nach links auch nicht schlecht oh 280 oh bremsen ey was du im Ziel willst du mich verarschen bin ich doch gerade erst vorbeigefahren also hast du ne k.o. Zeit oder was hast du hier eingestellt äh das glaub ich noch 24 Sekunden das wenn ah keine Ahnung ich hab irgendwas eingestellt Fortnite mir ist mir doch egal was da einstehn.... Hauptsache mal andere Autos, andere Strecken, andere Tageszeit ist zeit nicht nur das leichter langweilig wir würden sagen ich habe gewonnen macht gerade noch gegen die wand fahren und nach wer die größte distanz gefahren ist ja das war nicht okay das war gut ah ja ja nie nie jetzt war mit dem atom 500 vb na klasse kennst du den Ariel Atom. Ja genau, Go-Kart. Nein, das ist Ariel, ne? Das ist Waschpulver. Ariel Atom. Aufspiel erwarten. Das kann was werden. Oh ja. Wer ist mal was Neues? Ja, wenn du fährst dann wieder Winner 1? Ja, Formel 1 Autos sind, also der ist ja auch nicht wirklich schwer zu fahren, ne? Wie warst du da? Wie fährst du da, ey? Warum? Ich fahr genauso wie du, wenn du es so willst, aber ich komm nicht hinterher. Kann auch sein, dass es am Computer liegt. Ich weiß auch nicht mehr. Ich hab keine Ahnung, ey. Oh, oh. Weil Autos sind gerade eben von der Kollision bewahrt, aber die... Oh, oh, oh. Ja, sag mal, du behinderter Vollforstkönig. Ja, schlecht fahr ich gerade wirklich. Da hast du recht. Oh, das Autos ist doch auch einfach nur geil, ey. Das lässt sich echt gut fahren. Wenn die Karre ja ein bisschen nach links zieht. Ja, darfst du nicht von der Wand fahren. Ja, das ist doch einfach nur geil, ey. oh man du wichser er rammt mich ja klar ich will was sind die anderen schuld ja 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 schnell kurz und knackig ja freunde das war jetzt für dieses let's play jetzt geben wir ein paar wünschen ich würde sagen das war es jetzt wir sehen uns im nächsten let's play du wichser schau mit x vielen lieben dank fürs einschalten ja freunde sky youtube sport das war es mal wieder guckt auch beim nächsten mal wieder rein wenn es heißt let's play mit fun mit nöfi und wir muss ja 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 ja